Die Gesundheit ist nicht ein Markt. Als Hausarzt sehe ich die destruktiven Folgen von diesem Pseudowettbewerb. Das System, in dem wir sind, provocht die Höhe von Primes jeden Tag. Im jetzigen Gesundheitssystem ärgert mich vor allem die Jagd auf die guten Risiken. Es resultiert eine Ungleichbehandlung und Solidarität wird untergraben. Als Assuré, ich n'accepte nicht, dass die Gesundheit nur durch private Unternehmen gestärkt wird. Als Organisation der Konsumenten sind wir habituell für die Konkurrenz. Aber wir müssen constatieren, dass die Konkurrenz nicht in dem System der Assurance-Maladie funktioniert. Wir sind also nicht in einer Logik für den Markt. Das System ist in der Falle. Wir müssen für die Assurance-Publieke verändern. Mit der öffentlichen Krankenkasse kommen wir die Kosten endlich im Griff über. Es muss die Explosion der Primes stoppen, indem wir ein System mit 60 Kaisen haben, 60 Kaisen zu haben, 60 Kaisen zu haben, 60 Kaisen zu haben. Der SBK erhofft sich durch die Einheitskasse für die chronisch kranken Patienten in unserem Land. In Zukunft eine einheitlich, qualitativ, höchstehende Versorgung. Ein System der Szenen, mehr effektiv, mehr rationell, weniger wertvoll und auch mit einer besseren Qualität. Als junge Ärztin und Mitglied vom VSAO, stehe ich hinter der Initiative, weil dank weniger Bürokratie, wir dann wieder mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten haben. Wir brauchen in der Mitte von uns einen Patienten, die nur konzentrieren auf die Qualität des Seins, die wir uns ermöglichen haben. Direkt ja zu der öffentlichen Krankenkasse ist auch eine Frage der Ethik. Nun eine öffentliche Krankenkasse kann die Risikoselektion letztlich stoppen. Wer sich mit den privaten Krankenversicherungen anleit, kämpft als David gegen den Goliath. Mit einem Ja am 28. September für eine öffentliche Krankenkasse können wir die Fehlentwicklung endlich korrigieren. C'est pour cette raison que la FRC est pour la caisse publique. In dem, dass wir am 28. September dann auch wirklich gehen stimmen. Il faut voter oui à la caisse publique. Ja, wir wurden da! Writ ich kein Dom? Ja, ich hab Paul片 Nummer. Vielen Dank.